Und damit herzlich willkommen zur vierten Folge von dem lustigen Ranglistenmodus hier in Overwatch. Diesmal mit dabei Muck und Icy, hallo ihr beiden. Guten Tag. Das sind nämlich schon die treuesten Weggefährten hier in Overwatch, muss ich ganz ehrlich sagen. Schon von Anfang an waren sie dabei und jetzt machen wir also den Ranglistenmodus. Und sicher, Wechsel wird dann hoffentlich auch noch irgendwann dazustoßen. Aber jetzt erstmal Verteidigung. Oh Muck, man muss nämlich dazu sagen, der Muck, das ist ein ganz ausgebuffter, ne. Der kann alle Charaktere spielen, spielt aber die Widow, weil er die noch nicht ganz so gut bringt, ne. Genau. Alter, was haben wir für ein Team? Guckt euch die Level an. Das mag nichts. Ich bin schon ein bisschen deprimiert. Ja, ein bisschen, ne. Ey, das sind, was, wie haben wir denn mit Level 25 noch gespielt? Ich weiß das. Ich weiß es auch nicht mehr. Also ich... Das war nicht so gut. Ja. Naja, vielleicht haben wir ja Glück. Also man muss auch dazu sagen, ne, der liebe Muck, der ist nämlich auch Streamer. Ich packe euch mal seinen Twitch-Kanal in die Beschreibung, da könnt ihr ja mal gerne vorbeischauen. Gern geschönen, Muck. Vielen Dank. So, auf der Map habe ich heute wenig gute Erfahrungen gemacht. Ihr seid jetzt dein erstes Ranked-Spiel, ne, Muck? Ja, genau. Mein komplett erstes. Icy, ihr habt ja schon mal gespielt. Ich habe extra auf Icy gewartet. Und dann kam ich online und sehe, dass der Icy im Ranked war. Du hast auch nicht gewartet. War gar nicht online, Junge. Ja, ich... Mental meine ich natürlich. Ja, stimmt. Du warst gar nicht online. Ich habe nämlich auch gewartet, bis Muck ankommt. Ja, es ist mentales Warten gewesen. Und nicht in der Oculus versunken, weißt du. Der wird ja in der Realität, weil ich gar nicht versunken bin. Hast du auch diese eine, ähm, Dinosaurier-VR-Demo oder was das ist? Das gibt's kostenlos, habe ich heute auf Steam entdeckt. Wo du so in einem Urwald hockst und da kommt ein T-Rex auf dich zu. Was hast du hinter uns Icy, äh, Tracer? Oh Gott, bin ich schon hier. Ist schon hinter einem in einem Haus drin? Äh, Dinos? Ne, habe ich noch nichts gesehen. Schade, müssen wir, müssen wir machen. Das sah sehr lustig aus. Boah, die Tracer, die kommt gleich hier hoch. Oh fuck, ich habe ja noch einen Medilator an, den hört man ja, Evels. Klaver ist bei dir was? Ich steh direkt neben dir. Ne, ich frage ja, von da was kommt das hin? Achso, ne, da waren... Achso, was? Ja, ich hab da gerade geguckt, da war nix. Und jetzt? Ja, die Tracer ist hier immer noch. Die ist hier immer noch. Ich hab'n Double Tracer, ne? Ah, okay, das macht natürlich komplizierter. Alles easy. Sehr gut. Aber die Tracer sind immer noch hier hinten rum. Pass auf, Monk. Uh! Ach, ne, du hast da deine Rauchbombe gesetzt. Okay, gut. Gut, gut. Äh, Heil hat fast keine HP mehr. Ich erbau' nicht. Das ist ein Job für den alten Torbjörn. Tracer down. Also einer. Bisschen. Okay, die sind nicht so gut, muss ich feststellen. Da hab' ich heute schon härtere Leute gesehen. Ah, bis jetzt noch nicht. Ist er schon wieder. Mukti, Tracer kommt hoch. Tracer down. Also die andere Tracer kommt hoch. Ah, die andere ist tot auf jeden Fall. Sah zumindest so aus. Okay. Ja, eine ist ja grad von... Okay, Triggert. Tracer ist da. Trigger ist am... Triggern. Trigger ist am Triggern. Genau. Destroy diesmal. Also ich hab' meine Ulti ready, wenn die auf den Spot kommen soll. Ich hör' schon mal die Tracer. Ja, die ist unten. Die ist hinter uns. Die kommt jetzt unten durch den Tunnel da. Was heißt unter uns? Äh, von wo kommt die? Ja, dort, wo unsere Metro hin rennt. Und sei ihr lockt down? Ah, da ist schon wieder die... Schon die nächste Tracer von hinten. Eißig, pass auf, die ist rechts. Die ist hinter uns rechts. War sie zumindest gerade. Mr. Maas. Naas. Fuck, ist es down. Fahrrad nicht gekommen. Oh Gott. Ojojojoj. Die haben auch Double-Fahrer, Alter. Ah ne, jetzt haben die einen, zwei, zwei Fahrers. Auch schon, ey. Vielleicht kriegen wir das direkt hin. Oh nein, 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 nein. Jetzt sind alle tot, ne? Shit, ich bin auch tot. Scheiße. Ja gut, dann müssen wir jetzt ein bisschen deffen. Oder? Ja, okay. Okay. Ist doch noch wer dran? Ne, okay, 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 okay. Oh, Tracer ist direkt bei uns. Ich kann die überhaupt nicht leiten. Im Gegner-Team. Das ist so nervig. Ich kann die Tracer facken ein bisschen ab. Mooooooon. Der Bisschen. Stell doch das Geschütz auf. Shit. Fahrrad, die Bruder hat mir schon Hände gegeben. Kann sein, dass ich nicht. Ne, wir haben einen Reinhardt, okay. Hm. Okay, Fahrrad und Haider down. Ich bin down. Ah, wow, 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 ich bin down. Ja, wofür. Na, wenn sie das noch zwei mitgenommen. Ja. Boah, die Tracer schon wieder. Aber jetzt schieben die gerade ziemlich strong mit drei Leuten. Nein. What? Alter. Haider down, Haider down. Ach, die hat mich geschoben. Ich wollte schon sagen. Vision? Ha, Vision. Okay, Wurdo, hat mich gesehen. What? What? Fuck, bin down, fuck, scheiße. Das sieht schön aus. Am Campen, wahrscheinlich. Ist gerade hochgesprungen. Ja, ich versuche mich gleich um zu gucken. Weißt du, wo die ist? Ungefähr? Wo war ich nochmal? Ey, die schieben, alter Schwede. An dir kommt keiner vorbein. Alter, die Tracer schon wieder hinter uns kam. Fuck, die Widow hat mich, ey, scheiße. Alter. Das läuft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Nee. Jetzt haben wir keinen Reinhardt mehr, weil die mich eigentlich komplett verarschen. Nein, konkurren. Nein. Nein. Die Widow hat mich. Okay. Okay. guter down gut job wo ist die fahrer von oben steht die fahrer aufpassen bleibt am wagen nicht mehr vom wagen weg der top 1 2 1 halben minuten extrem hart mal gucken wer es sind wie sie auch schon schlimmer und ich habe erwartet hält man schild das ausnehmen was um die ecke gezogen manchmal mutig das ist eine schlechte heute gewesen von uns zu spät reagiert wenn da und scheiße und schieb gleich direkt mit den wagen zurück wenn es möglich ist das ding ist schon fast am explodieren hier brennt schon dafür muss es extra punkte geben auch von rechtsfahrer von rechten raum da vom fahrer ich darf nicht ulten das mädel und getriggert aber wenn ich mir als sie nicht so weit kommen Prozent wagen weg da ist unsere fahrer hat auch die steifer bekommen schönes ding leute eine minute noch knapp und ich habe wünschen Ah, der Heiler hat eine HP, ohne Witz. Der Fahrer, ne? Seht ihr die? Ja, ich seh sie. Ist bei uns dran. Junkrat kommt von... Von Donichu. Nice. Äh, Fahrer down. Widow ist oben. Nice. Wo oben? Ist down? Die ist schon down, die ist schon down. Sechs Sekunden Jungs. Geh los Gucke. Fahrer down. Nice. GG. Nice. Also erste Runde. Puh, knapper ging's. Ja. Ey, richtig schön. Wechsel ist jetzt auch drin. Hat sich das gefreut, ey? Hä? Die haben trotzdem zwei Punkte wegen dem Checkpoint bekommen. Ja. 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 Müssen wir einfach nur einmal durchschieben. Und haben wir gewonnen. Fuck ey. Ey. Das ist anstrengend. Das ist gut. Macht Spaß. Funktioniert das denn jetzt, wenn ich ihn in die Gruppe einlade, dass es uns hier nicht raushaut? Äh, ich würd's nicht probieren. Okay. Wir machen einfach nach dem Match kurz Pause. Okay. Also, gehen wir kurz raus. Würde ich sagen. So. Ein Checkpoints müssen wir mindestens kriegen. Ja. Aber wie ist das eigentlich, wenn man jetzt zwei Matchen nacheinander macht? Muss man sich da wieder anmelden oder geht der Automatisch? Nein, geht automatisch raus. Okay. Ah. Alles klar. Das war grad gut. Das war wirklich grad spannend. Ja, haben wir gut gemacht, ey. Das fand ich schön. Die Leute haben da auch vernünftig angearbeitet. Aber wir müssen jetzt alle bekommen. Haha. Das wird nicht einfach. Ich hab so viele Küls gemacht, ey. Ich hab 21, also bin ich hinter dir. 28. Nice. Nice. Ja, ey, 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 ey. Tracer's bei dir einfach geil, ey. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. So, noch 69 Meter und 28 Zentimeter. Dann haben wir gewonnen. Ah ne, ist das der erste? Ist das der erste? Ich glaub das ist der erste Spot, oder? Alter Schwede, ey. Die 69 Meter ist gesamt. Ach so, die 60 Meter ist gesamt. Okay, okay. Der erste Spot zählt ja nicht, weil den muss man erstmal einnehmen. Stimmt. Aber komisch, dass es so wenig Meter sind, ne? Kommt ein mehr länger vor. Das stimmt. Ich glaub vom zweiten Spot auf 90 Meter, oder? Das hat er um 2. Rhein. Oder meint der Reinhardt, dass wir alle Reinhardt nehmen sollen. Ach lol! Schon wieder so eine Trecksau, die hier. Nö, mehr. Nö, mehr. Nö, mehr. Nö, mehr. Äh, einer ist down. Die Mehr hat den Feuerwehrskin, ganz important. F***. Okay, die Krieg ist jetzt tot hier. Okay, die Krieg ist jetzt tot hier. Ach, scheiße, ey. Die ist kaputt, hauen die Knutschkugeln. Okay, die, äh, wie heißt das Frau Nomad mit den Kugeln? May? Ah ne, ist die Metro. Die Metro, genau. Die hat bis jetzt noch nicht vollbracht, außer Kugeln zu setzen. Ja, Hanzo ist rechts auf dem, äh, auf der Treppe da. Oder, gleich. Maydown. Jopp. Sie schaut festlich aus, sind wir gut, bleiben gleich auf dem Spot. Shit, das war dumm. Shit, ich bin tot. Ich hab mal ne Ulti, ne? Also ich kann hier da rein sitzen. Ja. Aber vorher werd ich noch von Taubin rausgekissen. Ja. Als ob ich fast sterbe durch den fucking Tower. Natürlich. Ich muss mal wieder def gehen. Wenn hier vorkommen wird, wär super. Ich hab nur noch 125 Leben. Ich muss erstmal irgendwie leben besorgen. Haben wir keinen Heiler? Haben wir Heiler? Aber der hat mich, der war eingefroren gerade. Scheiße. Haben sie alle wiederbelebt? Ja. Nein, warum bin ich eingefroren? Ich hätt noch May und Symmetra kriegen können. Verdammte Axt. Ich bin hier nicht fertig. Teleporter ist da. May ist bei mir faktisch schon dauern. Ach. Ach, das wird echt eng, ja vorhin das war eng, ja ich mein eng, dass wir überhaupt in den ersten Spot bekommen. Der Reinhardt ist schlau, aber nicht so schlau wie ich. Freut mich, hoffentlich bringt das auch was. So, wo sind wir? Wo ist unser verdammter Heel? Wir haben einen Tank und der Heel ist nicht bei mir. Ich weiß gar nicht wo, aber geh drauf, geh drauf auf den Spot. Lol, easy. Gut 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 gut, ja ich sag ja, deswegen frag ich ja, alle sind wahrscheinlich totgelegen. Pass auf Drache. Gut Job. Müssen wir haben, müssen wir haben. Schnell, 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 schnell. Ja, ja, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Gut. Nein, jetzt, 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 jetzt. Nice, nice, schön. Jetzt muss er aber, äh... Na komm, rausgefahren. Meine Güte. So, ich bin auf dem Ding mal drauf. Ja gut, schieb, 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 wir müssen am besten mit mehreren Leuten schieben. Drei Leute, mehr geht eh nicht. Ah, nice, ich hab hier bekommen, das ist gut. Ist das geschützt? Ja, gut, ist down. Schöner IC. Äh, Vision? Okay, die Deffen alle ziemlich, äh, die Deffen alle ziemlich defensiv. Wow. Muck 2016. Gut. Okay. Ah, aber ein Bestchen haben sie noch nicht, also die haben bloß immer noch einen Torpion. Ähm... I'll have fast down. Fuck, wo ist unser Healer, wenn ich ihn frau? Er ist an der rechten Seite, der ist tot wahrscheinlich. Wir sind hinter uns übrigens. Genau, Damok. Schau, Hans ist hinter uns. Ich hab's gesehen. Hans wird tot. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Wir sind hier, ich hab's gesehen. Läht ihr vorne noch? Länkratten Torbion mit Ulti ab. die überlebt immer ziemlich lange haben wir noch ein heal irgendwo hier am start ja was dann aber fast ja ich habe hier so ein kleines health pack jetzt haben die bastion jetzt haben die bastion ist das einfachste jungs die mercy die may ist hinter uns weiter passt mal bisschen offen dass die uns eine ulti rein ruft die may kommt jetzt von links schiebt einfach durch schiebt das ist gut aus welchen steht da ziemlich defensiv am kämpfen nein wer hat mich denn jetzt geschubst da neuner die kreis schönes Ding Leute schönes Ding aber gleich war war ja klar weiß ich war mein erstes gewinnen Hahahaha Icy, good job Hab Tracer gespielt? Ich hab Tracer gespielt Wie, die erste Runde, das war zum Schluss? Achso, achso, ja, ja, gut, ja Entschuldigung Von euch kann man noch Großes erwarten, Jungs Von euch kann man noch Großes erwarten Also von Moog nicht, aber von Icy 44 Mein lieber Schorli Püllmaschine Schön schön So, jetzt kriegt man einen Punkt Jetzt hab ich dann schon zwei Punkte, das ist ja Wahnsinn Unglaublich Alter, Widowmaker, 40 Eliminations Ich hab 26, wuuu Recht, ey Es war mehr als sonst Ja Wie das, du musst das mit dem... Nee, nee, es geht automatisch, es geht alles automatisch Beruhigt euch, beruhigt euch Placement Match, I win, wuuu Ja, aber klar, du musst noch beachten Ich bin mir nicht sicher Weil jetzt sind wir Placement Matches Ich weiß nicht, ob das ist, wenn wir später spielen Ob das auch nur ein Competitive Point bringt Achso, das stimmt natürlich Okay, liebe Leute Das war die vierte Folge Und in der nächsten Folge werden die beiden natürlich noch mit dabei sein Jetzt werden wir uns noch wechseln mit dazu angeln Und hoffen, dass es dann noch besser läuft Und viel besser läuft Vielen Dank erstmal Wie gesagt, Muck ist unten in der Beschreibung verlinkt Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Bis dahin, tschüss 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 Tschüss